Hast du Zuckerberg gesehen bei Lex Friedman? Ich habe mir den Podcast zum Einschlafen angehört. Ja, das trifft es ganz gut. Ich höre die immer zum Einschlafen. Ich finde, der hat so eine angenehme Stimme und die Interviews dauern sowieso immer zwei, drei Stunden. Da lasse ich es einfach laufen. Aber was habe ich verpasst? Oder habe ich was verpasst? Boah, nicht wirklich. Die haben... Nee, es hat Mark Zuckerberg das erste Mal ein bisschen menschlicher gewirkt. Also nicht mehr so krass robotic wie aus seinen vorgeschriebenen Pressetexten oder Congress Hearings, die er sonst so hatte. Ja, den Umständen entsprechend muss er jetzt auch ein neues Image auffahren. Er muss doch jetzt mehr in diese ganze Krypto-Community rein, um da ein bisschen Credibility zu bekommen. Ja, ne? Future is Metaverse und Meta ist natürlich da die Company, die das vorantreibt, die einzige. Das ist schon krass, wie wenig Momentumgefühl Facebook beziehungsweise Meta gerade hat. Ja. Die haben, glaube ich, auch den größten Kursverlust gehabt aller Zeiten, so auf dem Stockmarket. Stockmarket. Ja, ich glaube, die versuchen gerade einfach so ihr komplettes Rebranding und auch wirklich so die Firmenstruktur und Kultur vor allem auch intern komplett umzukrempeln. und ich glaube, so eine krasse Veränderung wie diese kommt halt bei vielen Leuten nicht gut an oder ist einfach schwierig immer zu akzeptieren. Plus, ich meine, die Umstände. Der ganze Markt ist ja abgerutscht, wenn man es so betrachten möchte. Ja, und ich glaube, sie haben auch Revenue-Targets nicht getroffen und das erste Mal in ihrer Geschichte User verloren. Nicht gewachsen, sondern User verloren. Krass. Ja, ich bin gespannt, wie lange die Firma noch relevant bleibt, aber never count out a giant or whatever. Müssen wir neue Quote verraten. Aber wenn wir schon von schwierigen Umständen sprechen, es sind gerade echt schwierige Zeiten auf der Welt. Also gefühlt waren jetzt zwei Jahre ein bisschen Corona, das, was uns beschäftigt hat im Kopf, gefühlt das Einzige, was abging. Und jetzt haben wir die Ukraine-Krise, die bestimmt jeder mitbekommen hat und die auch uns sehr krass beschäftigt. Und darum heute auch V-Talk Episode 7. Nicht in klassischer Wohlfühl-NFT-Manier, um über coole Projekte zu sprechen oder Use Cases von entspannenden Projekten zu diskutieren. Sondern vor allem auch, um über Projekte zu reden in Bezug zur Ukraine und wie man da eben supporten kann. Echt strange. Also ich wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll zuerst, Vicky. Man fängt dann mal an Twitter irgendwie durchzuscrollen und da durchzulesen, was abgeht und sieht, was da geteilt wird. Und checkt dann erst richtig, dass es halt real ist, dass es nicht jetzt irgendwie nur ein paar Schlagzeilen sind, ein bisschen Putin-Geflexe, wie man das vor vielen Jahren vielleicht noch dachte, weil das Ukraine-Thema das erste Mal aufkam. Da fällt es einem schwer, irgendwie normalen Content zu erstellen oder irgendwie über normale Dinge zu sprechen. Ja, vor allem auch einfach so ganz normal über den Kryptomarkt zu sprechen. Also, wir haben es ja auch einfach, wir haben es anders geplant gehabt für diesen Podcast, wollten eigentlich zu viert auftreten und wirklich in unserer Viererkonstellation mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen im NFT-Markt sprechen in den vergangenen Monaten, hielten es jetzt aber einfach für falsch, sowas durchzuführen und wollten einfach diese Episode ein bisschen anders gestalten und mal so ein bisschen teilen, was wir zumindest auch irgendwie im Zusammenhang eben mit Krypto und Web3 im Rahmen dieser Ukraine-Krise mitbekommen haben, was gerade passiert. Vielleicht ein paar positive Sachen auch, also sei es irgendwelche coolen, kreativen Projekte vorzeigen, die in der Web3-Szene gerade entstehen, so ein bisschen zeigen, wie die Community zusammenhält und die Ukraine da versucht, bestmöglichst zu unterstützen. Ich glaube, das ist so das Beste, was wir vor allem in der Situation auch gerade machen können. Und vielleicht ja auch interessant für die Leute, die das gar nicht so krass mitbekommen haben. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Marvin, natürlich ist mein Twitter voll gewesen von Ukraine und Krypto in Kombination. Ich meine, ich folge auch dem ukrainischen Twitter-Account, falls man das so sagen kann. Und die sind ja auch irgendwie voll relevant geworden in dieser Krypto-Community. Nicht unter, nur weil die Krypto annehmen auch mit durch Spenden, sondern weil auch viele Leute, sowas wie Gavin Wood, der Founder von Polkadot oder der Founder von Ethereum da auch wirklich intensiv mitkommunizieren. Und das wollten wir heute einfach mal so ein bisschen zeigen, das passiert eigentlich gerade auch in dieser Kryptowelt. Ja, genau. Also, lass uns das gerne machen. Ich denke, grundsätzlich, was auch noch wichtig zu sagen ist, ich bin kein Polit-Experte, ich glaube auch du nicht, Vicky. das heißt, wir sind auch nicht hier, um zu sagen, was richtig ist, wie man handeln sollte. Fakt ist einfach, dass Menschen in der Ukraine leiden, dass sie in Gefahr sind und dass wir jetzt einfach nur teilen möchten, wie man helfen kann durch gewisse Projekte, gerade auch im Hinblick auf die Web3 und die Ukraine-Krypto-Thematik ist auch echt crazy zu sehen, jetzt gerade, wo so ein Konflikt entsteht, wo so ein Krieg entsteht, welchen Einfluss hat auch Social Media und Krypto slash NFTs Web3 auch haben und wie man jetzt eigentlich in Echtzeit das mitverfolgt und wie eben beispielsweise die Ukraine dann über Twitter sagt, dass sie Krypto akzeptiert, aber dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Das heißt, diese Woche geht es darum, wir werden aber auch nicht jetzt dann einen Monat einfach still sein und nichts mehr machen, sondern ich sehe es trotzdem noch als unsere Ausgabe, wir sehen es als unsere Aufgabe auch, weiterhin Content rauszuhauen, euch auf dem Laufenden zu halten, aber wenn solche Dinge entstehen, natürlich auch die kleine Aufmerksamkeit, die wir mittlerweile generieren, auch auf die relevanten Themen zu richten, sofern wir das für sinnvoll erachten und in diesem Sinne heute Ukraine Special, das klingt eigentlich auch schon ein bisschen makab, ich weiß, ich habe unsere Notion Page so genannt, sorry, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig, man weiß halt nicht so ganz, okay, was kann man jetzt sagen, was kann man schreiben, wie soll man kommunizieren, ich werde es nicht Ukraine Special im Titel nennen. Ja, aber ich glaube, die Leute verstehen uns, über den Titel können wir nachher noch überlegen, heute soll es darum gehen, nächste Woche geht es dann normal weiter und hoffentlich dann auch mit positiven News bezüglich der Entwicklung in der Ukraine. Genau, das heißt, lass uns gerne rein starten, Vicky, was mich, ich habe es schon angetönt, echt beeindruckt hat in dieser ganzen Entwicklung, ist eben die Relevanz von Social Media und wie verschiedene Player während dieses Konfliktes auch Social Media genutzt haben, um direkt zu kommunizieren und ich glaube, wir müssen jetzt nicht zu krass darauf eingehen, wie zum Beispiel der Präsident der Ukraine auf Russisch dann an das russische Volk spricht und diese Videos viral gingen, obwohl das auch natürlich ein spannendes Thema ist, aber gerade auch wie die Ukraine selbst mit dem offiziellen Twitter-Account der Ukraine kommuniziert, wie sie ja auch Russland via Twitter direkt ein bisschen auch attackiert und kommuniziert und eben auch Spenden akzeptiert, nicht klassisch, wie wir es kennen, via Banktransfer oder Swift oder was auch immer, sondern mit Ethereum und anderen Krypto-Adressen. Das heißt, was hast du da gesehen, Vicky? Ja, und zwar war der Twitter-Post der Ukraine am 26. Februar tatsächlich auch, dass sie Krypto-Donations akzeptieren, erstmal nur in Bitcoin, Ethereum und USDT, also für die, die es nicht wissen, USDT ist der Stablecoin zum US-Dollar von Tether, sprich, die haben dann ihre öffentlichen Adressen geteilt, wo man eben hinspenden kann und finde ich in dem Sinne ganz cool, weil Krypto halt einfach viel schneller dort ankommt, wo es hin soll. Ich meine, das ganze Bankensystem ist unter anderem lahmgelegt worden, es herrscht halt eine Krise und die Menschen sind nicht so einfach an ihr Geld rangekommen und ich meine, das gilt dann eben auch für Organisation und damit Geld einfach schneller transferiert werden kann, kann man mittlerweile einfach Bitcoin oder Ethereum nutzen als Zahlungsmedien und finde das irgendwie ganz cool, weil du vor allem eben auch bei Ethereum durch Etherscans verfolgen kannst, wer spendet wie viel, kommt das Geld wirklich da an, wo es hin soll? Ich werde darauf gleich nochmal eingehen, wenn es um die vereinzelten Charity-Projekte geht, aber die haben auch echt in einer sehr kurzen Zeit dann auch sehr, sehr viel Geld einsammeln können, was ich einfach mega cool finde, was wahrscheinlich über Bankentransfers Tage in Anspruch genommen hätte und es ist halt wirklich instant da oder lass es ein paar Sekunden sein, wenn du es über ETH oder BTC, also Bitcoin oder Ether machst, genau, und es ist interessant, also ich würde, ich verlinke das vielleicht auch einfach mal in den Show Notes, weil das ist ein ganzer Thread unter diesem Twitter, unter diesem Tweet von der Ukraine und es hat angefangen mit, wir akzeptieren nur Bitcoin und Ether und USDT und dann im nächsten Schritt, ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Themen, aber das finde ich ganz cool, hieß es auf einmal, ja die Ukraine akzeptiert jetzt auch DOT, wir haben uns eine Polkadot Adresse gemacht und das ist passiert, weil der Co-Founder von Polkadot, Gavin Wood, der war auch früher bei Ethereum mit dabei, wirklich unter diesem Post geschrieben hat, dass wenn sich die Ukraine auch eine Polkadot Adresse anlegt, er bereit ist, 5 Millionen US-Dollar in DOT zu spenden, klar, ehrlich gesagt, natürlich irgendwo auch voll der Marketing-Move, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist scheißegal, falls ich das so sagen darf, die Ukraine hat instant 5 Millionen US-Dollar bekommen, hat sich eine DOT-Adresse gemacht, es ist irgendwie ein guter Move von Gavin Wood gewesen, 5 Millionen US-Dollar ist halt einfach viel und gleichzeitig natürlich auch irgendwie ein cooler Move von Polkadot, für die, die Polkadot nicht kennen, ich würde es jeden Mal ans Herz legen, sich mal damit zu beschäftigen, das ist eine sehr interessante Blockchain-Technologie, bin persönlich auch ein mega Fan von und ja, finde es einfach richtig cool, wie offen die Ukraine jetzt dem gegenüber auch ist, einfach so schnell Geld spenden wie möglich anzunehmen. Aber ich weiß nicht, Marvin, ist das zum Beispiel bei dir angekommen, außer jetzt, dass ich das mal auf Instagram geteilt habe? Ja, ja, also ich war auch gerade jetzt seit diesem Konflikt so viel auf Twitter wie noch nie. Okay. Ich bin nicht so der Fan von klassischen News, weil ich einfach oftmals diese headline-getriebene Art nicht so leiden kann, gerade Amerika finde ich da sehr extrem, CNN, Fox, der ganze Haufen ist crazy, darum Twitter oftmals dann halt spannender, weil du direkt oftmals von einzelnen Personen zuhören bekommst, was abgeht. Darum war auch Twitter mein Zufluchtsort die letzte Woche oder diese Woche und da kam ich auch nicht um den ukrainischen Account herum und hab dann das auch gesehen, dass sie da die Addresses gepostet haben und wild, ich finde es einfach, es fühlt sich an wie in einem Videospiel gerade, so extrem wie noch nie und irgendwie alles, was man sich mal ausgemalt hat, was vielleicht sein könnte, so passiert jetzt langsam und ich hoffe einfach nur, dass Menschen mit guter Intention schlussendlich auch das Ganze gewinnen oder vorantreiben. Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ein historischer Moment auch für Krypto, wenn man sich vor Augen führt, dass jetzt ein Land, was halt wirklich in einer gefährlichen Situation ist, was nicht richtig, weiß ich, wie es weiter soll, was halt jetzt Zuflucht sucht in Cryptocurrencies, weil es halt einfach ein sehr einfacher Weg ist, um Geld schnell und direkt zu erhalten und ja, dann wie du gesagt hast, auch ein bisschen dann wieder makaber oder lustig, wie natürlich dann jede Cryptocurrency dann natürlich appelliert, hey, nehmt unsere Cryptocurrency auch noch mit auf und wer weiß, ob das vielleicht sogar noch den Kurs dieser Currencies ein bisschen beeinflusst hat, als dann Ukraine auch noch Throne oder ich weiß nicht, haben Sie Throne auch aufgenommen, schlussendlich? Ja, ich habe da auch so einen Artikel nochmal drüber gelesen, also ich glaube, da sind noch, ich habe auch irgendwie kurz gelesen, dass die Dogecoin kurz angenommen haben, also ganz bizarre Sachen, aber dann irgendwie doch nicht, finde letztendlich natürlich makaber Moves so, aber ich glaube, man sollte jetzt einfach betrachten, jo, die haben einfach Geld bekommen und zwar eine Menge Geld und viele Leute feiern das in Anführungsstrichen, also die, die jetzt beispielsweise irgendwie zu der Polkadot-Community gehören oder Dogecoin-Community, Bitcoin, Ethereum, was auch immer, ich glaube, das hat die Leute auch inzentiviert, da mitzumachen und im Endeffekt braucht dieses Land gerade einfach Geld für die verschiedensten Dinge und wenn das irgendwie hilft, dann meine Güte, dann ist das irgendwie ein Move-Mittel zum Zweck, wenn ich da jetzt einfach mal rüberspringen kann, weil was ich auch, womit ich auch nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil ich musste echt lachen, also ich habe erst mal gelacht, als ich das gelesen habe, natürlich nicht lustig, aber auf einmal hieß es dann vom ukrainischen Twitter-Account, dass die einen Airdrop machen und als ich das gelesen habe, war ich so, hä? Wirklich? Also wirklich? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo ich es gelesen habe. Genau, sie haben geschrieben, Airdrop confirmed, snapshot will be taken und ich dachte erst mal, das ist ein schlechter Scherz, weil wir haben uns ja schon voll oft über Airdrops ausgetauscht und darüber gesprochen, dass das ja eigentlich immer so ein Marketing-Zweck ist, vor allem, oder die Community zu inzentivieren, ihre NFTs zu hoddeln, nicht weiter zu verkaufen und dass das ja irgendwo auch free money ist, also all diese Dinge, die sehr, sehr stark in die Kryptoszene gehören und auch immer finanzielle Anreize mit sich bringen, macht auf einmal der ukrainische Staat und lustigerweise, ich habe die Grafik jetzt nicht vor Augen, ich habe das irgendwo in einem Newsletter-Artikel gesehen, ist, nachdem dieser Post von der Ukraine kam, am 2. März, sind die ganzen Crypto-Donations nochmal komplett hochgeschossen, weil das passiert für gewöhnlich, also der Airdrop wurde bestätigt und snapshot bedeutet, dass einfach zu einem gewissen Zeitpunkt und das wäre am 3. März um 6 Uhr gewesen, dass das quasi alle Wallets, die Geld gespendet haben, ich kann jetzt nicht mal sagen, ob es jetzt nur Ethereum ist oder was auch immer, wahrscheinlich irgendwie alles zusammen, dass dann Snapshot getätigt wird, also eine Art, ich will es jetzt nicht als Foto bezeichnen, aber einfach, es werden alle Daten gespeichert, die zu dem Zeitpunkt irgendwie gespendet haben, also alle Adressen und alle Adressen bekommen dann im Nachgang einen Airdrop, hätte jetzt ein NFT sein können, hätte ein anderer Token sein können, ist ja auch erstmal egal, habe aber das Gefühl, ich war bei uns im Büro auch die Einzige, die das so richtig bizarr fand und ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit habe umgehen sollen. Wie haben denn die anderen reagiert? Ja, es ist halt so, alle waren so, also weil ein paar von uns haben halt auch in den Krypto gespendet, ja, hieß es ja, okay, kriegen wir jetzt ein NFT von der Ukraine oder was passiert jetzt hier? Also, jeder war, jeder, keiner wusste so richtig, was jetzt eigentlich abgeht, der wurde auch letztendlich abgesagt, kurz vorher, ein bisschen schade, weil, ach, es ist alles so bizarr, weil ich danach halt auch die Kommentare gelesen habe und alle schreiben sie ja, so funktionieren Rugpools eigentlich. Es ist überhaupt nicht lustig, es ist so komisch, aber so ist es theoretisch auch und dass die Ukraine jetzt doch plant, irgendwie NFTs rauszuhauen, um sich damit, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich irgendwie militärische Ausrüstung oder so ist, zu finanzieren, aber ich finde es halt irgendwie komplett bizarr, weil ich betrachte das halt voll aus meiner Kryptobrille und versuche irgendwie nachzuvollziehen, wie das bei den Leuten ankommen muss, die bisher wenig bis gar keinen Bezug zu dieser Krypto- und NFT-Szene haben, was die denken müssen, was jetzt eigentlich hier gerade passiert im Hintergrund. Also allein schon, AirDrop confirmed, Snapshot will be taken. Für jemanden, der überhaupt keinen Bezug zu Krypto hat, was ist das denn für eine Information? Also, weil ich habe mir das erst, die Frage erst viel zu spät gestellt, ich dachte so, ja, was ist denn, wenn jetzt ein ganz normaler Mensch liest, was fängt diese Person mit dieser Information an? Was soll das sein? Ja, das kann man sich echt nicht ausdenken eigentlich, wenn man sich das vor allem fühlt. Wir sprechen auf einmal nur noch den Web3-Slang. Ja, also ich finde es komischerweise irgendwie cool, weil ich das Gefühl habe, okay, vor allem eben durch diese Krypto-Donations wird auf einmal so ein total krasser Mehrwert in der Szene geschaffen. Also ich meine, man sieht ja jetzt, wofür welche Anwendungsbereiche Krypto eben auch haben kann. Man kann die ganze Diskussion natürlich auch umdrehen und sagen, ja cool, durch diese dezentrale Natur von Krypto und der Blockchain könnte Russland sich das jetzt auch zunutze machen, um die Sanktionen zu umgehen. Also es gibt immer wahrscheinlich irgendwie positive und negative Seite der Medaille, falls man das so sagt. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was ich gar nicht so tief aufmachen mag, weil ich da auch gar nicht so genau weiß, wie die Regularien dahinter sind. Ich finde es aber in erster Linie einfach cool, dass die Ukraine sich das so ein bisschen zunutze macht und so einfach innerhalb von einer Woche seit Kriegsbeginn einfach über 60 Millionen US-Dollar einsammeln konnte, was wahrscheinlich über einen normalen Banktransfer nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn die mit einem Airdrop da noch mehr Leute reingezogen haben, meine Güte, es ist alles irgendwie für einen guten Zweck gerade. Ja, du sagst es eben, im Zweifel, so lange das Geld auch bei der Ukraine landet, ist das ja wunderbar. Ich habe auch gelesen, dass aber auch viele Scams tatsächlich aufkommen. Das heißt, auch wenn ihr selber Transaktionen macht, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr es an eine sichere Adresse schickt. Es gibt auf jeden Fall auch in solchen Situationen viele Phishing Scams, wo Leute Fake-Adressen, Fake-Accounts publizieren und so das Geld einsammeln. Und das Geld auch nicht am richtigen Ort einkommen. Ja, ich habe einen Artikel gelesen. Boah. Ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber einiges an Cash, was bereits abgesagt wurde, ist leider so. Da interessiert mir die Leute nicht, aus welchem Grund das Geld geschickt wird. Boah, das finde ich krass, okay. Ja, aber das heißt, wir hatten jetzt den Ukraine-Account mit Direct Transactions, dann Airdrop. Das klingt echt surreal. Das heißt, aber der Airdrop wurde auch wieder abgesagt. Mhm. Der wurde gecancelt. Ich weiß nicht, was die Intention dahinter war. Habe das nur in einem Tweet gelesen und dass die jetzt dann doch irgendwie planen, NFTs rauszugeben. Das ist so der letzte aktuelle Stand. Schon crazy. Jetzt kriegt dann wahrscheinlich jeder, der gespendet hat, zu einem gewissen Zeitpunkt ein NFT von der Ukraine offiziell. Weiß ich nicht, weil das wäre ja ein Airdrop. Aber es hieß jetzt einfach nur, Airdrop ist gecancelt und wir wollen NFTs erstellen, um unsere militärischen Mittel zu finanzieren. Da weiß ich jetzt nicht, ob das auch im Rahmen dieses Airjobs stattfinden wird oder ob die da jetzt nochmal, ob die da einen NFT-Job machen. Ey, keine Ahnung. Ich frage mich, ob die da eine Innovationsabteilung haben oder wer sich da gerade drum kümmert, ehrlicherweise. Du musst halt schon sehen, dass unglaublich viele Developer auch in der Ukraine kommen. Das sind viele Firmen aus Amerika. Wir haben auch Dev-Teams, also aus der ganzen Welt, haben Dev-Teams in der Ukraine. Ich habe auch mit jemandem gesprochen vor zwei Wochen. Die haben ein gesamtes Development-Team in der Ukraine. Und das ist dramatisch, aber heißt natürlich auch, dass viel Know-how, viel IQ dort gerade sitzt und entsprechend wahrscheinlich ein paar Web3-Affinatos da auch den Twitter-Account managen. Ah ja, stimmt. Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich finde es irgendwie auch cool. Ich meine, wenn es denen hilft, schnell Geld zu generieren und irgendwie auch die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdienen. Ich meine, die ganze Welt schaut sowieso auf die Ukraine, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vor allem die Kryptoszenen, es ist ja auch die Szene, in der ich drinne bin und die ich tagtäglich beobachte, findet das halt auch einfach irgendwie cool und ist dann doch eher mehr bereit, sich aktiv daran zu beteiligen als vielleicht viele andere. Ich meine, viele aus der Kryptoszenen haben halt auch einfach viel Geld, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und können da einfach wahrscheinlich auch mehr spenden und mehr Steine ins Rollen bringen, vor allem auch als andere Menschen. Ja, und ein weiterer Stein, der ins Rollen gekommen ist, sind mehrere DAOs. Es gibt immer mehr DAOs, die aufkommen. Ukraine-DAO, gerade prominentes Beispiel, was hat es damit auf sich? Genau, der ist, der Ukraine-DAO ist auch ziemlich schnell, ich glaube, auch direkt am Donnerstag oder am Freitag irgendwie ins Leben gerufen worden von einer Handvoll bekannter Menschen aus der, nicht nur aus der Kryptoszene, sondern eben auch aus dieser aktiven Aktivismus-Szene, weiß nicht, wie ich das sagen soll, vor allem auch von russischer Seite, tatsächlich auch. Und die wollten, haben auch echt eine coole Website, die heißt ukrainedao.love, aufgesetzt und haben halt zwei verschiedene Methoden, um Geld einzusammeln. Und zwar einmal kann man direkt spenden, da ist auch ganz, wirklich fett, der Etherscan eingeblendet, was ich richtig cool finde, du kannst halt wirklich anders als bei vielen anderen Spendenaktionen wirklich komplett nachverfolgen, von wo kommt das Geld, wohin fließt das Geld. Ich glaube, das sorgt halt auch einfach für deutlich mehr Vertrauen, dass du einfach weißt, ich gebe mein Geld jetzt hier nicht einfach an irgendeine Organisation und mal schauen, was damit passiert, sondern du siehst halt, wo die Funds hingehen. Und dann gibt es nochmal eine Ukraine-Flag-NFT, das ist einfach nur die ukrainische Flagge, die du im Gegenzug bekommst, auch als One-on-One. Das heißt, du konntest, ich weiß gar nicht, ob das schon vorbei ist, konntest auch darauf bieten, oh Gott. Und ich glaube, das Höchstgebot, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren über 1000 ETH für dieses eine NFT, was umgerechnet irgendwie über drei Millionen US-Dollar waren. Nur für ein NFT von der Ukraine-Flagge. Und all diese Funds gehen halt an eine bestimmte Organisation und mit daran beteiligt sind vor allem auch, Moment, Pussy Riot, Trippelabs, Plisadao, großer Fan von Plisadao und noch ein paar andere Unternehmen und Aktivisten. Und ich finde es einfach mega cool, wie sich Leute einfach so schnell zusammenschließen können und so krass viel umsetzen können. Also ich bin mega beeindruckt, vor allem irgendwie, wie schnell das einfach ging. Ja, also es ist auf jeden Fall auch eine Case, da die das Ganze, wie schnell Leute zusammenkommen können, heutzutage, Mittel zusammenbekommen und auch was bewegen. Also wenn man auch sich auf das Positive konzentriert, dann auf jeden Fall einige Lichtblicke, die zeigen, was in Zukunft möglich ist und dass man nicht mehr den Mittelmann immer braucht, um Dinge zu bewältigen oder Dinge umzusetzen. Pleasure, Pleaser Dao, du hast gesagt, bist großer Fan, möchtest du dazu was sagen oder was macht den besonders? Pleaser Dao ist, darauf wäre ich wahrscheinlich auch eh in der nächsten Folge mal eingegangen, weil wir uns da ein Projekt eingekauft haben, was unter anderem auch von People Pleaser ist. Das ist eine Künstlerin, also darüber werde ich jetzt nicht sprechen, aber das ist eine Künstlerin, die heißt People Pleaser, die ist bekannt geworden, weil sie damals ein Werbevideo für Uniswap, das ist die Centralized Exchange of Ethereum, gemacht hat und damals halt noch eine sehr gering verdienendere Künstlerin war und sich dann irgendwie die ganze Szene zusammengetan hat, den Pleaser Dao gegründet hat und gemeinsam für eine halbe Million dieses Video gekauft hat und so ist Pleaser Dao entstanden und seitdem setzt sich halt diese Künstlerin People Pleaser im Rahmen ihres auch selbst ernannten Daos dafür ein, eben für solche Good Courses zu spenden, Geld zu sammeln, in Projekte zu investieren, die sind auch für den Free Assange Dao mit verantwortlich gewesen, für den Free Ross Dao überall mit drin und in der nächsten Folge werde ich mal auf ein aktuelles Projekt eingehen, was die gerade umsetzen. Es ist also sehr kreative Menschen, die dahinter stecken und überrascht mich dann jetzt letztendlich auch nicht, die hier in so einem Zusammenschluss wieder zu finden und ja, finde es einfach richtig cool. Ja, nee, Mir kommt auch noch ein Beispiel hin, den Jack Butcher von Visualize Value haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, auch NFT schnell gedroppt mit dem Ethereum Logo und Ukraine Farben und dann auch jeder Kauf geht direkt an den Dao oder an eine Wallet, die die Ukrainer zugutekommt. Das heißt, viele, die auch ihr Publikum nutzen, um hier Geld einzusammeln und was Gutes zu tun, was schön zu sehen ist. Weitere spannende Dinge, die du beobachtest, hast, ich sehe hier beispielsweise Binance mit Spenden oder gibt es sonst so Punkte, die... Ich habe, genau, ich habe einfach mal alles so, was ich so gefunden habe, aufgeschrieben. Also ich meine, Binance, auch sehr bekannte Exchange auf der Binance Smart Chain, die hat sich ja jetzt mittlerweile umbenannt, aber ich nenne es jetzt erstmal so, hat auch nochmal 10 Millionen Spenden eingesammelt, eben auch in ihrer nativen Währung dem BNB Coin. Man muss aber dazu sagen, und da habe ich auch echt eine Kritik gelesen, dass ich meine, Binance ist auch ein Exchange und trotzdem weigern die sich, die Konten von russischen Registrierten zu sperren. Habe mich da nicht tiefer reingelesen, finde es sowieso jetzt mal eigentlich ganz interessant, wie jetzt all die Leute, ich meine, du siehst ja auf der einen Seite boykottieren viele Unternehmen jetzt eben auch russische Produkte oder irgendwelche Konten von russischen Bürgerinnen und Bürgern, wo man da halt auch hinterfragen muss, okay, sind wirklich alle Russen gleich Putin oder wie läuft das ab, aber die stehen da zumindest auch gerade nochmal mit in der Kritik, das wollte ich nur nochmal erwähnen, bevor das irgendwie wieder als Kommentar kommt, dass ich sowas nicht beachtet habe, ich bin mir dem bewusst, aber genau und ansonsten noch habe ich hier noch, lass mich gut schauen, vielleicht noch eine kritische Sache, wo ich mich auch mal deine Meinung zu interessieren würde und zwar haben wir ja schon sehr oft in diesem Podcast über den FTX-Founder Sam Bankman Fried gesprochen und dass der sehr interessante Projekte auch anstößt, einer der reichsten, jüngsten Multimilliardäre ist und eben es sich zur Aufgabe gemacht hat, so viel Geld wie möglich zu verdienen und so viel Geld wie möglich zu spenden und FTX hat jetzt jedem ukrainischen Nutzer 25 US-Dollar in Bitcoin geschenkt, also jedem registrierten Nutzer auf der FTX-Plattform und finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch, weil was soll man, also einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ich weiß, aber was soll mit 25 US-Dollar in Bitcoin gerade in der Situation und vor allem irgendwie nur an ukrainische FTX-Nutzer und Nutzer ja, weiß auch nicht so richtig, genau, aber das, da hat er auch auf jeden Fall ein bisschen Kritik bekommen, obwohl es ja eigentlich eine gute Sache war, aber das ist zumindest so ein Marketing-Move, den ich jetzt irgendwie nicht so cool finde, wie jetzt beispielsweise den von Polkadot. Ja, okay, das heißt, jeder, der bereits registriert war bei FTX, hat 25 Dollar in Bitcoin gekriegt. Schwer zu sagen, ich meine, ich glaube, viele setzen doch da an, Mats, Kuck und Kee, haben wir Ukrainer, die irgendwie mit unserem Produkt in Berührung gekommen sind, whatever, das ist die einfachste Art, schon mal Leuten aus der Region zu helfen, dann sehe ich jetzt eigentlich nicht viel Downside, aber klar, ist natürlich auch wieder eine Schlagzeile, wahrscheinlich hat er auch darüber getweetet, dass sie das machen und von dem her, ich weiß nicht, es ist schwer, schwer zu bewerten, also ich sehe es per se nicht als der Red Flag, gerade wenn eh schon so viel Neues da ist, aber klar, ich meine FTX könnt ihr auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, haben sie vielleicht auch und direkt nochmal spenden, aber da, also ich dachte dann auch, ist das jetzt so ein Sign up for our platform and get 25 bucks in Bitcoin, so eine Werbeaktion in der Ukraine, ob das der Fall war oder ob es mehr wie ein AirDrop war an die bestehenden Nutzer. Stimmt, so kann man es auch sehen. Ich fand es, das war halt so einer der ersten Schlagzeilen tatsächlich, noch vor den ganzen anderen Sachen, wo ich mir halt so gedacht habe, okay, ich weiß halt nicht, wie viel das den Leuten jetzt letztendlich bringt, natürlich ist es vielleicht auch ein Stück weit Awareness und vielleicht kommt da auch noch mehr, weil so kennt man Sam Bankman-Fried eben, aber ja. Kann man denn auf FTX, dass wir auf einer normalen Wallet die Bitcoins dann auch easy rausziehen, auf eine andere Wallet schicken? Ja, safe, ja. Okay, dann haben sie eigentlich liquide 25 Dollar gekriegt, aber in Bitcoin. Was kostet denn eine Transaktion? Die sind doch auf Solana eigentlich gar nichts, oder? Aber warte, die sind auf Solana, wenn sie das in Bitcoin gekriegt haben. Ah ja, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, ich habe mich mit FTX, ich beschäftige mich nicht so viel damit tatsächlich, weil es einfach eine eher professionellere Trading Exchange ist. Ich finde eigentlich die Person, die dahinter steht, viel interessanter als die Exchange selbst. Aber selbst das, also. Du bist nicht neuer Alias Wiki Day Traderin, Wiki Day Trade 030? Nein, 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 auf jeden Fall nicht. Okay, das heißt, nur Long Term Investing und lieber HODLen. Lieber HODLen. Safe bin ich beide. Ich habe keine Nerven für Quick Trades, Quick Flips. Ja, das ist ja sehr stressig. Es gibt aber noch tatsächlich zwei, drei andere Punkte hier auf der Liste. Und zwar etwas, was ich gar nicht mitbekommen habe. Tatsächlich ist, dass das Time Magazine auch einen NFT-Drop gemacht hat. Hast du das mitbekommen? Nee. Ja. Die haben sich mit 59 Künstlerinnen und Künstlern zusammengetan, die alle jeweils einfach digitale Kunst als NFT erstellt haben. Alle auch mit demselben Rahmen. Ich sehe gerade, ist alles in derselben Kollektion auf OpenSea zu finden. Das heißt, Time Pieces, Artists for Peace, Floorpreis 2.3, auch stabil. Und 100 Prozent von den Einnahmen gehen halt an Support in die Ukraine rein, an die richtigen Organisationen. Und ich habe jetzt auch hier gelesen, dass vor allem auch die Künstlerinnen und Künstler selbst entscheiden können, an welche Organisationen das geht. Was ich auch ganz cool finde, ich meine, es sind 59 Stück, werden wahrscheinlich die richtigen und auch vor allem ganz viele Organisationen gefunden. ist aber auch ein sehr interessanter Move vom Time Magazine gewesen. Ich wusste gar nicht, dass die da so affin sind. Ist aber auch sehr interessant, dass die das so machen. Also mittlerweile ist, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich auch an die Zeiten erinnern kannst, vor ein paar Jahren, so 2017, dass du so, was du richtig hyped, als eine große Brand, irgendwie, was zu Krypto gesagt hat. oder wie, ja, Bitcoin ist spannend oder wenn auch da eine Schlagzeit nur schon kam, dass irgendeine Brand, die man kennt, sich mit dem Thema auseinandersetzt, da geht ja auch direkt der Kurs wahrscheinlich ein bisschen hoch. Und heute ist auch so, NFT und Krypto gefühlt, das ist jetzt einfach part of the game. Also auch der, wir hatten ja von, vom Citadel CEO oder Chair gesprochen, vor kurzem Citadel, das ist ein Market Maker in Amerika mit einer der Größen, das heißt, die kaufen und verkaufen, um eigentlich die Preise auch zu regulieren auf dem Markt. Und der hatte noch vor sechs bis zehn Monaten gesagt, dass Krypto ein Scam ist, ein Teufelswerk ist, quotet mich jetzt nicht dabei, aber irgendetwas in die Richtung und hat jetzt gemeint, dass er sich vielleicht auch geehrt hat und Citadel jetzt auch mit Krypto irgendwas machen wird und er ist auch der Herr, der diesen Constitution-Dao, die Wette da, weißt du das noch, der Constitution-Dao, das war, als sich Leute zusammengetan haben, um eine Kopie der amerikanischen Konstitution zu kaufen. Die hatten dann irgendwie in ein paar Tagen, weiß ich nicht, 30 Millionen, 40 Millionen zusammenbekommen über diesen Dao. Sag nicht, sag nicht, das ist der Typ, gegen den die verloren haben. Genau, das ist der Typ, gegen den die verloren haben. Echt? Oh, krass. Das ist der Chair von Citadel. Also, fact check mich gerne, aber ich bin ziemlich sicher. Und er hat immer gegen Krypto gehatet und jetzt vor kurzem gesagt, ja, vielleicht war er immer noch skeptisch gegenüber Krypto, aber er hat seine Meinung geändert. Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema. Also, mit die größten Player auch von Old Finance akzeptieren und sehen jetzt, dass das halt auch ein Teil des Markts ist, der Wirtschaft ist. und eben jetzt, also jetzt, ich meine, links und rechts, NFTs, die Ukraine spricht von Airdrops, Time Magazine macht spontan ein NFT. Es ist so normal und so schon jetzt verankert irgendwie im Denken und Handeln so viele etablierte Marken oder sogar Ländern, von dem her echt krass die Entwicklung einfach, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Aber genau, das heißt Timepiece, spannender Use Case. Gibt es sonst noch Use Cases, die erwähnenswert sind? Mhm, ein echt cooles Projekt und ich glaube, das spiegelt so diese ganze Krypto-Community nochmal mit am besten oder am meisten da. Lass mich kurz diesen Tweet hier aufmachen. Voila. Genau, und zwar hat sich ein Krypto, also so ein Art Projekt, das nennt sich Relief, wobei das E von Relief ist eine 3. Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll, das sind einfach viele Künstler und Künstlerinnen aus der Szene, vor allem eben diese ganzen NFT-Artists. Ich glaube, die sagen, die meisten werden euch natürlich nichts sagen, außer ihr seid ein bisschen tiefer in der Szene, aber da sind schon echt bekannte Leute drinnen, die auch sehr bekannte NFT-Projekte mitgestaltet haben und eben auch generell große NFT-Artists mit dabei, wie beispielsweise Andrew Wang ist ein sehr bekannter Künstler in der Szene und da haben sich echt viele, viele Leute zusammengetan zu diesem Relief-Projekt, zu dieser Initiative, extra mit dem, wirklich mit der Intention, hey, hier sind NFT und Web3-Künstlerinnen und Künstler zusammengekommen und wir möchten gemeinsam die Menschen in der Ukraine unterstützen und haben halt wirklich gemeinsam Kunst im Rahmen von einer Kollektion gedroppt und ähnlich wie jetzt in den anderen genannten Beispielen gehen alle Erlöse davon an ukrainische Organisationen und genau auch nochmal, ich habe es wahrscheinlich jetzt mittlerweile bei allen Sachen gesagt, so finde ich mega cool, aber wieder mal so ein echt gutes Beispiel, wie schnell sich diese Web3-Szenen zusammentun kann, alle irgendwie das, was sie am besten können und das ist eben Kunst, Community, NFT, irgendwie zusammenpacken und in ein Projekt packen, es vermarkten vor allem auch, ich meine, die haben halt alle auch echt eine krasse Base-Community, sei es irgendwie von ihren Projekten oder sei es einfach nur ihre Followerschaft auf Twitter und wirklich ihre ganze Macht und Power für was Positives genutzt und haben das auch im Rahmen von einer größeren Kollektion gedroppt und dadurch haben sie, Moment, das war aber vor vier Tagen war der Post, dass die 185 ETH gesammelt haben, knapp 400.000 da gibt es auch, also ich werde das alles auch mal in den Shownotes verlinken, weil all diese Leute Dokument, ach ja, 484.000 US-Dollar, weil die kommunizieren das alles relativ transparent und man kann sich da ja selber nochmal vielleicht reinlesen, wie genau die Projekte aussehen, wo das Geld vor allem auch hingegangen ist, hier gibt es einen langen Twitter-Thread, an wen das Geld gespendet worden ist, hier ist nochmal der Etherscan, wirklich persönlich nochmal hervorzuheben, ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben halt noch nicht so viel gespendet, lag auch immer einfach daran, dass ich nicht, ich war eine normale Schülerin, eine normale Studentin, hatte aber nie das Gefühl, dass vor allem solche Sachen so offen und transparent kommuniziert worden sind, vor allem eben auch, weil immer Geld, das man gespendet hat, ja auch immer ein bisschen bei den Organisationen geblieben ist, was ja meistens nicht so schlimm ist, Leute müssen ja auch bezahlt werden, aber hier hast du halt wirklich das Gefühl, okay, die Leute interessiert das Geld nicht, die wollen das wirklich einfach nur für die Leute in der Ukraine spenden, hier full transparency, schaut gerne nach, verfolgt gerne alle Transaktionen und macht euch selber ein Bild davon und hab nicht das Gefühl, dass das jemals oder dass das irgendwie Gang und Gäbe in anderen Organisationsstrukturen ist, belehrt mich gerne eines Besseren, vielleicht weiß ich da einfach nicht genügend drüber, ich möchte jetzt auch niemanden, der in solchen Organisationen arbeitet, irgendwie in den Rücken fallen natürlich, ich sehe das halt alles eben aus dieser euphorischen Krypto-Brille, finde das aber wieder ein Paradebeispiel dafür, wie effizient diese Szene dann doch zusammenhält und Zusammenprojekte umsetzen kann. Ja, sehr schönes Beispiel und wie du gesagt hast, das ist doch auch so ein Krypto-Slang, Krypto-Wort, Dior mit Y, do your own research und investment advice, aber ich glaube, not spending advice ist das auch. Obwohl, spenden advice kann man schon geben, glaube ich. Ich meine, das in die richtige Richtung weisen, ja, es gibt es abschließend noch, klar, Krypto-Punk wurde noch gespendet, das ist vielleicht auch einfach lustig zu sehen, dass es auch so ein krass teurer NFT nochmal verschenkt wurde. Ja, das habe ich auch hier als letztes nochmal in die Liste gepackt, also hat wirklich irgendeine Person am 2. März Krypto-Punk an die Wallet, die die Ukraine ja öffentlich freigegeben hat, also an die ETH-Wallet gespendet und hat, der Wert liegt bei, da haben sich ein paar Leute drum gestritten, wie viel es letztendlich war, aber 233.000 US-Dollar soll der Wert sein, also was auch, ich glaube, das wäre in der normalen Welt so überhaupt gar nicht möglich, also irgendein Asset, irgendwie ein liquides Asset mal so einfach an die Ukraine zu spenden, weiß ich nicht, aber jetzt zum Beispiel hier in der Form von einem Krypto-Punk, ey, das ist eine Transaktion, da drückst du auf, klickst du zwei, dreimal und schon hast du es rübergesendet und es steckt irgendwie keine andere Institution dazwischen, die können mit dem Krypto-Punk jetzt theoretisch machen, was sie wollen, sie können ihn verkaufen, können daraus, also sorry, dass ich jetzt so absurd denke, aber daraus eine Marketingaktion machen und sagen, ey, hier ist der einzige Krypto-Punk, der uns gespendet worden ist, das drückt vielleicht den Preis von diesem Krypto-Punk nochmal hoch und mit dem Erlös können die das halt auch wieder weiter an die Leute verteilen. Also jetzt ganz absurd, natürlich, aber schaut mal, wie schnell das einfach geht, also wie fix das alles funktionieren kann und wer auch immer das gemacht hat, ihren Mann oder ihren Frau, ist auf jeden Fall schon krass ein Krypto-Punk, der einfach wertvoll ist und auch noch im Wert steigen wird, sehr wahrscheinlich, ist natürlich alles hocholatil. Non-Investment-Invice, aber ich glaube, keiner von uns kann sich das leisten. Ich habe auch ein paar so Threads gesehen, this is why Krypto-Punks will go to zero. Also nicht jeder ist bullish. Okay, gut, ich bin da natürlich komplett bullish und da müsste man sich natürlich auch nochmal die, ich finde es, egal aus welchen Gründen da jetzt gerade Geld- und Wertgegenstände rübergeschickt werden, sei es irgendwie aus Marketing oder aus irgendwelchen individuellen Gründen sich zu profilieren, vor allem auch, solange das Geld und vielleicht bin ich da auch ein bisschen leichtsinnig und naiv, aber solange das Geld bei den Leuten ankommt und die das nutzen können, damit die sich irgendwie militärische Ausrüstung, auch wenn ich das eigentlich nicht so cool finde, kaufen können oder vor allem eben auch an die Menschen geben, die jetzt gerade einfach unter dieser ganzen Situation leiden, wenn die sich damit finanzieren können, dann ist es eigentlich egal, unter welchen Umständen die das bekommen und so versuche ich zu denken. Nee, nee, bin ich bei dir, ich dachte, du meinst Bullish im Case von CryptoPunks per se, also in All-Assets. So habe ich es verstanden. Ja, nee, 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 das ist nochmal ein anderes Thema, aber eher so von wegen, unter welchen Umständen wird was an die Ukraine geschickt, das ist so mein Sentiment. Das heißt, ich weiß nicht, in diesem Sinne, was wir sicher auch noch sagen können, lass uns gerne nochmal ein paar Links dann in die Shownotes packen, mit Linken, wo man spenden kann oder sich zumindest nochmal einlesen kann in die verschiedenen Punkte, was ich auch noch vielleicht abschließend ist, nicht direkt NFT Web3 related, aber auch nochmal sehr spannend finde, Elon Musk kennen wir alle von Twitter oder sonst auch von seinen Projekten Tesla, SpaceX oder eben auch Starlink und das soll ich auch nochmal kurz erwähnen. Ich glaube, Ukraine, ich weiß nicht, ob jetzt kompletter Internetzugang abgedrosselt wurde, das heißt, eigentlich kein Zugang mehr zum Internet und dann haben sie jetzt mit Starlink halt Satelliten geliefert an die Ukraine und jetzt so Zugang zum Internet über diese neue Technologie, die ja jetzt über das All funktioniert, Satelliten Connection und Antennen, die jetzt darüber connecten und so Internet in die Ukraine bringen und hier dann aber auch eine Warnung noch ausgesendet, dass jetzt wahrscheinlich dann auch Russland auf diese Antennen zielt und Luftangriffe nicht undenkbare Möglichkeit sind. Anyway, ein bisschen off topic, aber da könnte wir uns auch verlieren in dieser ganzen Thematik und ich komme jetzt schon versuchen, gleich nach dem Podcast erstmal wieder eine halbe Stunde Twitter zu scrollen, bevor ich mich an die nächsten Tasks mache und den heutigen Tag abschließe. Gibt es von deiner Seite noch was, was du teilen möchtest zu dem Thema, Wiki? Nee, ich glaube, wir haben alles Relevante, was in dem Zusammenhang in dieser Szene passiert ist, jetzt gerade mal abgedeckt und die Folge und die kleine Aufmerksamkeit, die wir haben, auf jeden Fall gut genutzt, denke ich. Wir werden natürlich alles nochmal verlinken, man kann sich das selber alles nochmal anschauen, aber darüber hinaus hätte ich es falsch gefunden, jetzt über andere Sachen zu sprechen und dementsprechend gibt es auch erstmal nichts mehr von meiner Seite und hoffentlich dann in der nächsten Woche dann doch wieder ein paar andere Themen, vielleicht hoffentlich auch ein paar positivere Themen. Ja, also auch kann nur sagen, an alle, die direkt betroffen sind, ich wünsche euch ganz viel Kraft und nur das Beste, es ist unglaublich, was gerade geschieht und wir sind in einer, zumindest ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich zur Zeit nicht um die Gesundheit, die Sicherheit meiner Liebsten fürchten muss und ich weiß, dass es vielen anderen nicht so geht und auch Leute, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, ich glaube, viele trifft es auch mental gerade schwer, es ist schwierig, sich auf Dinge zu konzentrieren, man weiß nicht recht, wohin mit dem Ganzen, ob das noch eskaliert und ja, also ich weiß nicht, wie du damit umgehst, Vicky, aber ich kann nur sagen, ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann, irgendwie Sport zu machen, nicht zu viel, auch News und Social Media zu konsumieren, auch wenn es schwierig ist zur Zeit und wenn man helfen kann, wenn man irgendwas bewegen kann, dann let's go, nice, aber ansonsten muss man sich halt eben auch so ein bisschen darauf konzentrieren, auf die Dinge konzentrieren, die man halt eben auch unter Kontrolle hat bis zu einem gewissen Grad und nur darauf hoffen, dass sich das Gute durchsetzt. Ich finde es einfach, also nochmal abschließend irgendwie schön zu sehen, dass die, vielleicht bin ich doch sehr naiv, aber dass die ganze Welt gefühlt, so kommt es natürlich bei mir an, irgendwie zusammenhält, dass sich sehr, sehr viele Leute gerade für die Ukraine einsetzen und dass sehr, sehr viele Leute gerade auch legitimen Hass auf Putin schieben und dass alle sich unterstützen und so viele Leute jetzt auch am Hauptbahnhof stehen und helfen. Ich finde das richtig, richtig, richtig cool, wie die Welt zusammenkommt und wie jeder supportet und freue mich einfach, sowas auch irgendwie sehen zu können und Teil davon zu sein. Yes, von dem her, ich würde jetzt gerne irgendwie ukrainisch sagen, lang lebt die Ukraine, aber ich kann es nicht. Ich kann es leider auch nicht. Lang lebt die Ukraine, wünsche euch, wünsche euch allen eine so gut es geht, entspannte Zeit und ja, würde sagen, ist a wrap. GG Vicky. GG Marvin. Nächste Woche geht es weiter, besuchen, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, mit unserem Content auch ein bisschen Normalität zu finden, wie dann so ein bisschen diese Baseline zu etablieren. Aber wir werden natürlich auch nicht ignorieren, was auf der Welt geschieht. Darum, wenn ihr auch noch Inputs habt, vielleicht auch, wie man der Ukraine helfen kann, Resources, die spannend sind, Use Cases, die inspirierend sind, die wir teilen können, gerade auch, wenn sie mit NFTs oder Web3, Krypto-Zusammenhängen, dann schickt uns die gerne durch und ansonsten hören wir uns in der nächsten Session des W3.Talks. Cheers.